was was morgen morgen was geht ich bin es der keck ich spiele viel zu hart wenn meiser ohne nasdaq weil ich sonst sterben würde also mit rüli es geht weiter der reise von ali wir machen heute die fünfte arena wahrscheinlich auch die sechste weil ich brauche es nachdem ich einfach irgendwo anders gegangen bin und irgendwas vielleicht für die story einfach schon gemacht habe und langweiligste gut im game es ist pain guter start zum glück hasse ich mich so dass ich davor extra aufgehört habe hat ja nur mir zu trauen sache ist halt wenn ich in die arena reingehe werde ich halt glaubt wie bescheuert wenn ich hier nicht level weiter ich weiß gar nicht wissen wir die normal haben wenn die level 30 sein sollten original geben denn wenn die ja jetzt level 39 alles in der 30% höher das ist schwierig ich habe so gut aber ich will sie nicht benutzen weil es zu so du könnte ich glaube ich bis zur siegten einfach durch kloppen weil ja das hat leben weil es tut ja doch nicht so schlimm trihorn und mann tipps alter ich weiß zwar immer noch nicht wie das funktioniert wir kämpfen auf ein wasser aber der setzt einfach ein rihorn ein tippen wir auf dem pokémon aber er hat kein pokémon was worauf er stimmt also oder die kämpfen einfach um meeresgrund was würde gehen wieso nicht ich würde mich verwundern wenn es nicht so wäre moin nikki was geht was geht niki zerhackst gleich alles mit rasierblatt alter und rion wird ab zu viel polnische magie getrunken nützt delegator alter wo kommt er denn her kann ich jetzt die frage schon mal antworten mit der folgenden satze egal alles was weinert du immer es ist wirklich so einfach du immer ich finde schon dass rafael nicht mehr geschafft hat den delegator zu können mal gucken vielleicht macht er gleich noch mal in den delegator kraft koloss alter auf nikki das war ja krank ja das mord guter satz guter satz nicht ehrlich was ich habe noch nie gesehen dass rafael so viel damage macht ok jetzt war auch bloß manki 5 level unter rafael aber egal wie soll ich es überhaupt schaffen auf dem level des arenaleiters zu kommen das war ehrlich wenn er level 30 sein sollte ein original geben dann ist er level 39 hier feiliger das sind für nikki 10 level mit wild wild port normalerweise gucken die einen port an wenn man an die vorbeigeht aber nö diesmal nicht kein bock 39 alter heilig wer bist du überhaupt nikki aber die hat sogar wasser pokémon das hätte ich nicht gedacht ich hätte apg raus wechseln sollen ich hab das verschläge gewesen egal wie zerkloppt die beide easy ja du bist da komm kippskorbs auch noch nice auch kann ich wechseln nikki ist gut genug aber mein apg hör auf zu leveln alter nikki muss leveln oh mein gott blöcker die dubi bären flücken wo das ist dieser satz der war einfach so richtig ich immer oh mein gott mein lieblings wasser pokémon der ist schon wesentlich lol und der ist so scheiße schnell alter hat man die neuigkeit gesenkt oh mein gott nikki trifft doch ich hab sogar wirklich erwartet dass nikki das nicht hinkriegt das ding geht aber echt gut xp alter oh level 30 habe ich schutz gekauft ich glaube ich habe keinen schutz gekauft du brauchst mehr vertrauen in mich nikki mit vertrauen verlierst du eine nasslock es ist zwar keine nasslock aber aber das ist ein lastfaktor wäre ich sofort an den fucking taubstieperrekt oder so was ist das für ein ding das ist die erste folge so gekillt hat das ist ein pokémon im hohen gras deswegen sage ich das ja oh mein gott ist das apg ist das apg oh mein gott ich hätte nicht gedacht dass sie den pokémon einbauen sogar die fähigkeit passt alter diese zweite runde faulenzen der alle echte mal gucken ob er überhaupt jemals zu weit hinkommen wird mit den best ofs oder highlights keine ahnung aber ich glaube er wird einfach eine nachricht schreiben so ich zitiere du keck ich glaube ich sollte auch freuen uns so random pokémon zu besiegen ich glaube ich sollte einfach mal die route machen ich glaube das wäre schlau komm ja auch so langen weg so was haben wir hier irgend so keck gut keck wird weggekackt was ich wollte gut auch machen den chillen machen aber egal dann das ding tot ist es ist tot ist gut ist ein bisschen dafür ist er eigentlich abg da oh mein gott niki wurde mit licht beschossen ich weiß zwar nicht was das mit stahl zu tun hat aber normal normale sachen so magnitilo stirbt jetzt und niki killt auch ich vertraue jetzt niki denn ich würde er sterben oh mein gott er hat es gemacht oh mein gott die legende alter oh nein packen aus packen aus evoli alter schüch ich hab verloren ich hab verloren unmöglich randomizer verloren so was 800 euro let's go let's go bitte strudel junge oh noch nie sah strudel so gut aus alter ds go brr niki ist aber noch halbtot egal niki mach das nicht kopfnuss bist du wirklich tot basierblatt blut oder ja alles ist scheiße kopfnuss oh cool ah cool 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 abg wir kommen aufs maul das sind beide sexe junge das go niki kredschung kredschung und niki trifft kommen wir nicht und kommen halt killt niemanden weil kommen wir zurück schreckt so beide müssen jetzt gekriegt werden apg macht glut auf geowatz damit ich sowas wie hier wässers wie heißt diese fähigkeit egal keine ahnung die mein gehirn hat wirklich den namen vergessen wie hieß die kacke alter ich komme nicht drauf jetzt jedes zweite stein pokémon hat die fähigkeit jedes stein pokémon hat die fähigkeit und stahl existiert nicht so ich packe raffain nach vorne gibt nikki einen trank in dem muhl alter wie weit bist du mit deiner nasslog niki oh mein gott abgie bläste mich nicht du gescheitert du wieder gescheitert dankeschön oh mein gott fette inseln bitte gehen sie die da ging es ist wieder gescheitert wo ist niki flieh niki schläft was was macht so den sinn literally auf dem wasser der das nil tag ging ich weiß gar nicht er ist so fett er schwimmt einfach und war was was niki kann nicht fliehen und wenn niki schläft dann kann er fliehen niemand mag dich bitte gehen sie weg hoch gescheitert halt dein maul alter wieder gescheitert wieder gescheitert wieso scheitert das ist nicht so scheiße wieso kann ich nicht fliehen vielleicht niki nochmal heilen hab angst um ihn niki ist mein boy wer bist du oh ja fuck war ja so was macht denn niki hat doch nicht so aus alter bin ich hier und gerade sagen germans next top mode aber so was in welchen zusammenhang rafael rafael macht surfer er sauft niki noch let's go das reicht 1 mm nicht 1 kp literally 1 kp hat fern ist schneller als niki das heißt tot doch nicht er geht lieb auf rafael 1 kp gang niki ich finde es schön dass du immer noch nicht auf meine frage geantwortet hast wohl ich bleibe einfach dran sofort zum wechseln dann wird es ok mehr ok let's go zugeschreckt wobei war ich diese drei sekunden genau weg ich habe mich schon zweimal gefragt alter wie läuft es mit nas lock ich brauche status bericht die wichtigen informationen abseit dem tor vermeiden stein noch nicht weiter geschehen boah alter bock wo ist maschine alter das sieht doch nicht so aus alter aber jetzt ist an der zeit oh mein gott oh mein gott alter was macht der taucht ab der hat doch im wasser alter wie funktioniert ich würde das wirklich wissen in den neuen games ist so eine plattform aber hier ist das wirklich einfach so auf wasser halt woher was willst du schwimmen die einfach oben auf dem wasser nice nice cool weiter zur stadt oh mein gott magdeburg was was wieder zusammen der feld der typ ist wieder da der ähnlich konnte fliehen oh mein gott mein liebiges wasser pokémon kann ich hier wenigstens richtig fliehen yes so jetzt gehen wir zur apotheke holen das meth machen die arena und dann geben wir zurück schmeißen den apfel aus meth in maul machen die arena aber vorher müssen wir noch den komischen typen da oben wegknacksen wollen wir erst mal ein foto machen hier das ist das wichtige foto junge foto mit den shiny noch eingeben so das ist erledigt gut Mobil banane Als Jahr 6 Schüß, alter Der kann springen Junge Hallo ehrlich, Sag mal, war der nicht so gut? Ich kochtehat גArdDJ sextuh lich sein, aber vor mehr solch ein Hauk accelerator meinte ich gesehen zu haben wie er so gut über das Maa gebrettet ist Der Typ ist so ein Sim vor einem Pokémon. Ich weiß nicht, wie das geht. Das ist so cool. Das ist so schön und stolz. Wir laufen das mit atemberaubender Geschwindigkeit Städte und Straßen ab. Es ist einfach ein wundervolles Pokémon. Ich würde das nur zu gerne mal aus nächster Nähe sehen. Komm, lass uns kämpfen. Oh mein Gott, Alter. Das Pokémon ist so schön. Lass kämpfen. Unbekannte Oisin. Ja, das wird nicht unbekannt, Digga. 33, Digga. Das wird hart. Wer weiß. Der hat mein Traumatum gebracht. Riff. Dafür erstmal Bombe in die Fresse. Er hat Vorfahrt. Was? Vorfahrt? Er fährt gegen den Baum. Legit. Alter, davon wird doch nicht Niki. Was lachst du so? Ich habe nicht gedacht, also alles Einbildung. Mate, das ist aber echt nicht so geil. Bin ich ehrlich. Komm, Raphael. Diesmal triffst du. Oh, oh. Erprockt. Erprockt. Schlammung. Yo. Boah. Dieser Damage, Mann. Dieser Damage. Holy shit. Holy shit. Mach doch nicht diesen, Raphael. Das war mehr. Er sagt trotzdem nichts. Mann, Raphael, bist du kacke. Ich hätte doch genauer und gar nicht mehr weitergemacht. Raphael muss nur erwachsen werden. Genauso wie du, Niki. Niki wächst dran zu einer fetten Schildkulte. Mit eigenen Ökosystem. Und Raphael ist Big Frog. Was? Beschreibt doch die Situation ganz gut, oder? Und Raphael trifft nicht. Das reicht nicht. Er schreckt mich jetzt zurück. Spiel, Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe. Weil keiner auf ihn geht. Ungenau. Absolut. Atombombe. So genau, trifft nicht. Let's go. So, Niki killt jetzt. Nee, das ist Raphael. Raphael heilt jetzt. Falsches Menü. Niki. Ich hole lieber eine Limo raus, damit er ihn nicht verreckt. Ampelleuchte. Power. Hat sich das heilen? Ja, sehr gelohnt. Ich habe gerade gedacht, da ist noch ein 1kp über, Alter. Hilfe. Ah, okay. Okay. Mach doch nicht diesen Alter. Wen willst du umbringen? Achso, mich. Ich weiß was. RPG kann keins mehr machen. Er muss... Kann ich zurückgehen? Yes, ich kann doch zurückgehen. Und Leides rein. Und du machst Server. Und Leides begann sofort. Er wird einfach so vorgebraten. Okay. Ich glaube nicht, dass er das wirklich überlebt. Egal. Raphael, mach den aus dem Maul. Okay. Okay. Geht wieder mal. Ja, ja. Siehst du nicht den Pain? Siehst du nicht die Bratwurst? War was? so dass er bedroht so so fängt einfach an zu tanzen damit raffael aufs maul hauen kann vertreten schweinagel wieso nicht ach raffael ist tot scheiße doch nicht aber er schreckt zurück okay wir nutzen jetzt zu bestören um raffael zu heilen wahrscheinlich wieder beides ja ich meine raffael hat glück im unglück ich bin stupid normale sachen er hat gar nichts gemacht hier ist der mörder jetzt bluch bist du ich habe sowieso keine zeit aufzusetzen so ist einfach aufs maul und du auch weiter niki macht absolut nichts niki ist 32 jahre alt geworden er kann jetzt jetzt hört er sich an wie pokémon der tag ist scheiße die ist scheiße scheiße alles scheiße hier kommt bis küsstig das war unglaublich endlich ich verstehe ja langsam warum sich unerung bliege in der art um dich anzugucken der macht augen junge der macht auf augen joh sache Entwickelt aber Stats sind immer noch so ja Ach Niki Wait Hier war doch ein Item, bin ich nicht dumm? Nee, nur irgendein Stein hier war ein Item Es könnte sein, dass ich mit Satomara den hier kaputt machen muss Hier ist ein Pokémon Niki ist endlich fett, let's go Alter, ein Protokok Niki kennt immer noch nicht viel Oh cool, Niki wurde geheilt Hier ist ein Item, da ist er, bin Leber Mein Gott, ein Angriff als ein Counter Ich bin so okay, alter tschüss, alter tschüss Hier, der entstaub, let's go Okay, mehr ist ja anscheinend nicht Nö Okay, ab Pokémon Center Ich hab ja den Typen War ober Ich weiß gar nicht, ob er schon geöffnet hat Ist ja gut zu wissen So Äh, ich ruf den mal an Wow, Musik Da ist der fette Typ Alter, ich mach jetzt Kommunikation, alter Einfach gut Anrufen Hallo Es tut mir leid, da bist du eröffnet zu fahren, da ist noch etwas Das war sogar mal Wirklich Irgendwie Hilfreich Keine Ahnung Ich ruf mal einen von denen an Großvater Ah, du bist es Ah Und Baumung, da geht das prächtig Die beiden Spiele Lieber mit anderen Pokémon als miteinander Kommen wir uns besuchen Nein Großmutter Großmutter Du musst schließlich zuhören Alles in Ordnung Dein A ist um 22 Level gewachsen Auf 22 Level Loll, Niki hat das während dem Anti-Encounter Der Baumung hast nur 12 Level gewachsen Let's go Denk ist gut Aber da hat er schon was gesagt Ich spiel lieber nicht miteinander Das heißt, die wollen kein Kind haben Du warst Ja, es heißt es wirklich Aber es ist so Die Mädchen nicht jetzt, game over Die Mädchen einfach fliehen Das haut sowieso nach einer Runde ab Soweit ich weiß So, Bauba hat noch zu, alter Sonst wäre ich da gleich hingelaufen, alter Sofort Fuchs Aber ähm Bier Arena Sturm Ich wollte ja noch zur Apotheke Ich mach das jetzt Vergesse ich das und fahr noch Fahr zurück, genau Fahre Ich auf meinem Boot Was Halule Hm Werden ziehen willst du von mir Dein Pokémon Team wirkt nicht verletzt und er ist schwer krank auf mich Wo drückt der Schuh Achso, geht dem Leuchtturm Na klar, das ist das hier, alter Hier nimm, äh, Meth Mein Meth ist extrem stark Ich gebe ihn nur heraus, wenn auch wirklich nur der Mann ist Wait Er verkauft doch auch normale Drogen, oder? Ach ey, Kraftbrustchen bin ich kack, alter Massenproduktion, alter Was bist du denn für ein Typ? Ich hab gedacht ja das gute Zeug Die schönen Heilgrütte Von Oma Was? Was? Mardubi Involved In, äh, Drogenhandling Okay, jetzt ist es hier, Apg zu entwickeln Hoffentlich sind die nicht zu stark hier Schwarzgutshaber Na ja 35 Ich glaube, ich werde weggeweckt, alter Ich glaube, ich gehe noch einmal auf die Route kurz, äh Apg hat keine Chance Niki hat eine Chance, weil Niki ist einfach fett Äh, und du machst facking Schlammbombe auf Granbull Das macht zwar dreieinhalb Kp, aber muss sein Irgendwer muss hustlen, alter Leben, schnell auf Niki Mein Aids brennt Mein was? Was? Oh, mach doch doppelt zu viel gedacht Oh kack, Rückkehr Könnte wehtun Es tut sehr doll weh Sehr, sehr doll Wait, wenn man mal überlegt Rasierbart ist 55 Und das ist 100 Sollte das nicht sogar heißen, dass Weil beides dead ist Ah ne, Rasierbart macht noch mehr Wenn Rasierbart effektiv ist, macht Rasierbart mehr Wegen, äh Das macht ja glaube ich doppelt zu viel Also wäre es halt 110 Aber hab, ich hab da noch Wundersaat drauf Hab gerade überlegt, ob das hin war War nicht Rasierbart Eissturm? Ok Ach Niki wird davon weggeweckt, der ist ja vielfach effektiv getroffen davon Jetzt wird rasiert Jetzt wird rasiert Solide Ach, Rambu wird ab Oh, bitte Schreck zurück Yes So, das mach ich jetzt nochmal Ich kann Raphael nicht drin lassen Muss leider sein Nächstes Mal Grit Ja, gritt auch Niki mit Eissturm Ah, er packt einfach Eisstrahl aus Ok, das geht auch Das geht auch Ab Wehtalk Das geht auch Ja Er macht erst so So, ja Eissturm Ich so, ja ok Als ob Und dann fängt er Scheiß Eisstrahl aus Und wer hat die Wurse als designt? Ich? Jedes zweite Punkt wohl Lebensstrahl oder was? Er packt wirklich Lebensstrahl aus Halt doch deinen Maul, Mann Halt doch deinen Maul Auf wenigstens geht das Ding jetzt endlich mal runter Yes, Pugger Alles keine Skill Ich finde schon, dass Moglere mittlerweile nicht mehr überlevelt ist Es ist einfach gleiches Level Papa sollte jetzt tot sein Kann ich drüber reden, dass das der erste Trainer ist Der mein halbes Team Einfach mit einem Pokémon Out Outplayed gefühlt Digga Digga Boah, er ist durch Blutball, Mann Woher? Das wird easy Ja Ich gucke mal kurz, welches Level da ist Anomonia City, Alter Otto, halt dein Maul Alter Bin juckt das Gut, ich bin reingezoomt Weil Fett Hartwig Er verschreibt Ah ne Weltbild zu einem anderen Äh, wo ist das? Quadsweiß Nein Der Arena kam Mit what? Ah ne Er ist Er ist Er ist 40 Quapu ist Level 40 Sein erstes Pokémon ist der wäre 38 Er hat nur zwei Pokémon Einmal Einmal Morgens stream Let's go Let's go, Raphael Und ich will noch die Die danach machen gleich Ah Okay Team Ich muss heilen, Alter Das sieht schön dumm aus Das war ein Kampf, Mann Im Kampf Technologie Ich Speicherbar Ja, Niki, lass mich Ich mach das Ich mach das Ich lauf den ganzen Turm hoch Wieder Ich lauf noch zur Safari Zone, Digga Ich mach das 10 Minuten Okay Mach ich alles easy Stream bis 5 Uhr morgens Was? Mach hin, Junge Können Zeit Hier sehen wir den schwarzen Gold Er hat einen Plonntor und Knogger, okay? Das kann man machen Ich bleib mit Apigee drin, Apigee muss gut machen Auf Plonntor Ah, Raphael wird ausgewechselt Ich brauch was anderes als Surfer, Alter Ich pack Kann auch nicht reinpacken Ich muss Leides reinholen Sind eh nur elf Stunden Ach, elf Stunden ist ja nichts Ja Ich hab mir in den letzten zwei Tagen 50 Stunden New Archive gespielt Ich würde sagen Story reingehauen Hab ich auch gemacht Das macht mehr Sinn Iga Stoß, Alter Why Unleaf Das war in einer Attacke, Digga Wieso so fett? Man, schon wieder ein Wasser Pokémon als Account da Ich will nicht mehr Hast du nur Wasser Pokémon? Eusebius Gut, ich heile Apigee Apigee macht Loot Leider kommt ins Maul Mach Kopfnuss auf Apigee Das tut sehr doll weh Jogger muss sich wieder aufladen Weil er hat einen Liga Stoß gemacht Und Apigee passt geknackst, Alter Ist ja Milifas Landturm Alabis und Stormi Ich würde mich stecken, wenn ich du wär Magnetbombe Macht gar nichts Apigee ist tot Mann, lass doch den Keck am Leben, Alter Was hat er euch getan? Er mag zwar verzeihen, aber er ist ein guter Mensch Er meint das nicht böse Das Ding sieht so fett aus Ich weiß nicht, was ich noch um den Garnier halten soll Irgendwie ist es hässlich Aber irgendwie ist es auch cool Ich weiß nicht Ich mache Donner-Schock auf den Garnier, Alter Ach, aber der hat wieder eine Lebensstelle Wieso nicht? Wieso hat nicht jedes Pokémon Irgendwie ist eine Lebensstelle Das ist so wirklich jetzt die ganze Menschheit ausgelöscht, Digga Das Leben nur noch Polypen, Alter Und die machen Lebensstelle als Attacke Auf dich Was? So viel Damage Wow, oh fuck Ich glaube, ich haue jetzt wirklich einfach mit Garnier auf den Garnier drauf, bis es nicht tot ist Das Leid des Todes, meine ich Ach, wer kommt rein Da kommt Lebensstelle ab Cool Gigasauger Auf Niki macht der Gigasauger Können wir Können wir kurz drüber reden Da ist ein Megarnier draußen Er könnte vierfach effektiv Gigasauger Auf Raphael machen Nee Er macht Er macht auf Niki Digga, was? Digga Er ist einfach Vegetarier Er saugt nicht die Lebensenergie von Andere Pokémon ab Er saugt die Lebensenergie von Niki ab Weil er ist der Pflanzerhalter Niki ist sein eigenes Ökosystem Heiliger, alter, heiliger Ich brauche jetzt wieder Leides rein, alter Heil, dunkel Gigasauger auf Niki Gehst du auf Mav? Wieso funktioniert das überhaupt? Gucken wir da drüber reden Aber er ist ja keine Parle So, ich muss Niki heilen Wenn du gar nicht Einfach zerknackst Okay, ja Leides ist tot Heilig Oh Mann Oh, das ist Pain Und der Typ will nicht mehr aus dem Weg gehen Weil er ist Der Kämpfer Schmeiß dich von der Klippe runter Oh mein Gott Da ist Jeff Und Jeff will mich töten Okay, das will jeder Trainer Ich mache Surfer auf Park Niki wird normal effektiv getroffen In Galen Niki ist fett Ah ne, ich muss wechseln Es ist der beste Move Ich kann mir nicht selbst so viel damage machen Ich gehe auf Sude Damit Niki einfach Erdbeam spammen kann Angriffe vermindert Das brauche ich Super Auf Niki Ne auf Sude Okay, das ist gut Das ist gut Alter, Niki packt jetzt richtig aus Digga Heiliger Mach doch nicht diesen Bitte macht diesen Alter, das ist wirklich tot Kraft Klaus Niki bekommt aus dem Maul Angriff sinkt Ne, wir werden erst mal gucken Was sich von der Tag ausgedacht Was schweift Ist richtig Auch Cherox Weil das ist nicht sehr effektiv Nein, das ist richtig Niki Nichts Ich meine Sude ist so strong Donnerblitz Ist ok Amina ist Sude Sude kann das Sag ich doch Abaraites doch nichts Alter Guck dir Sude an Sude ist ein Eine Eine fliegende Niki Sude ist eine fliegende Gegen das Schlangen-Wasser-Pokémon. Kann man das Ding als Schlange bezeichnen? Sude ist mysteriös und komplex. Das kann ich sagen. Äh, ja, Team muss reichen. Ah, die Spites sind wieder richtig schön, mal gucken. Yo, Daffel ist hochmotiviert. Ab in den Krieg. Die Wut meiner Fäuste wird deine Pokémon das fürchten lernen. Alter. Nicht meine Pokémon schlagen und treten, Digger. Ich weiß, die sehen zwar weird aus. Raphael ist weird, er ist literally weird. Aber Alter, der kann eins und zwar dein Bein brechen. Ich pack wieder Sude rein, Alter. Eilung her. Da ist Reitschuh drinnen. Da ist der Counter. Willi macht Regentanz. Er macht Schaufler. Er macht Schaufler. Er macht Schaufler. Er ist tot für immer. Man hat ihn nie wieder gesehen. Er ist unter der Erde gestorben. Das fühlt sich so gut an. Da wollte ich erst meiner Gewalt, äh, meiner Macht. Ich kann nicht reden. Mein Gehirn ist durch. Ich weiß nicht wieso. Wäre mal als 5 Grad draußen. Gehirn nicht funktionierend. Wie, like. Ah, okay. Alles dann. Niki ist tot. Doch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Okay, Asude, Kanaz. Oh mein Gott. Er ist da. Oh mein Gott. Er ist da. Oh mein Gott. Wir haben ihn. Wir haben ihn. In die Therapie. Wir haben ihn vermisst. Wir haben dich vermisst. Es stimmt sogar. Direkt dann. Jim, wenn du Raphael bannst Alter. Ich bann deine Mutter. Ich habe eine IP Adresse von. China. Und. Haus wird genügt. Ach so, ja, du kriegst auch gleich die Waffnung. Ach ja, ich weiß was, Lord Nikolaus. Alter. Mein Gott, Hut ist aufgestiegen. Ich will das gar nicht. Komm rein, Raphael. Es ist immer noch, ich habe gar nicht probiert, ob YouTube überhaupt geht, aber es ist gerade so. Ja, keine Ahnung, ich bin fett und faul und ich sitze hier fünf Minuten vor dem Streaming und mache Twitch fertig. Das ist easier als YouTube. Aber weil ich so viel Buchlade brauche ich trotzdem Pump Nails und so. Ja, du machst Schlammbombe. Du machst Atombombe. Oh mein Gott, Kramasse. Er zieht komische Fratzen, Alter. Und Niki lösen wir eben aus der Ecke 27. Was? Was? So außerhalb des Gala. Raffael. Raffael. Niki hat Raffael gekillt. Mit Crit, Mann. Nicht nur du wurdest zerschmettert, Digga. Raffael auch. Ich habe plötzlich Raffael reingeholt. Nur dafür, dass Niki ihn aus dem Leben nimmt. Raffael. Aber ich finde die Fähre schön cool und die immer läuft schon cool. Bin ich ehrlich. Da ist er, RPG. Let's go. Let's go. He happy. Grußabdrücke von Ali scheinen ihm große Freude zu machen. He real happy, Mann. Ja. Wie hättet ihr die Eilseite gar nicht machen müssen. Man kann das einfach schießen. Oder? Oder muss ich nochmal auf der Seite? Warst du eine große Kugel zu dran dehnen? Ja. Ich habe Angst. Er ist Level 40. Jetzt gibt's Krieg. Dieser unerbittliche Druck der Wassermasse. Die Tropfen für Tropfen und Schwall für Schwall auf meiner Hauptniederregner. Dieser auch beschreibt. Hey, Moment mal. Du kannst nicht einfach auf dem Wasser losstoppen, Alter. Unterbrechen beim Training nicht. Jetzt gibt's aufs Maul, Alter. Hübsch. Er hat ja vier Pokémon. Ich hab's vergessen. Wir sind das hochgestellter. Er hat vier Pokémon. Ich hab's gewonnen. Ich... Ich krieg... Äh... 38. Kopfnuss. Fuck. Raphael schreckt zurück. Mil-Tank setzt sich auf. Hochbein jetzt. Mit so einem Damage richtig killen. Einen Ich sie sofort. Ich hab's versucht zu. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Eine gute. Du musst sicher nicht machen. Ich hab's versucht. Kopfnuss auf, Leides, Leides kann nass. Das macht sehr viel Damage, aber das ist nicht sehr effektiv. Aber der ist jetzt Pustwein, Alter. Angriff steigt, Verteidigung steigt. Das Ding wird nicht mehr sterben. Muss alles auf den Mittag hauen. Er hat ein Herois, okay. Cool. Mach doch gleich Kritt, Alter. Ah, das ist Pain. Französisches Brot hätte ich gerade gern. Soll ich hier überleben? Okay, Leides ist egal. Niki muss alles machen. So ein lustiger. Hier ist es, hier ist mir very funny. I am professional, äh, französisch, äh, hater. Was? Nein. So, Niki ist voll und Niki macht jetzt richtig fett. Niki wird zwar weggekriptet gleich, aber egal. Meiltank wurde... Boah, verleiß. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, Mann. Ich mach jetzt ekehafte Moves, Mann. I don't care. I don't care. Ich hab ja nicht mal gute Sachen. Ich hab keine guten Eier, Alter. Ich hab keine guten Eier. Ich hab keine Männer. draußen let's go wie gesagt haben die retten nicht wie gesagt werden mich retten war regentanz ich brauche kein der mensch die prokert utility das ist der standard scheinheit leben schelle aber macht nicht so viel ich habe regen aufgesetzt ich hatte das ding schon öfter ich habe so oft zu silber gespielt das wäre dann glaube ich mein fünftes schein oder sechstes schein gut jetzt hole ich noch super schall auf am bieter raus ein umkehr und es kommt raffael rein weil raffael stürmt als ich weine hätte raffael vorher heilen sollen muss also wenn der durchkommt ich fange an zu weinen es verwirrt hat sich selbst für das let's go und er geht zurück auf eines alter ja stimmt es sich an entscheidend zu haben man das ist ein standard scheinheit das ist okay es kacke cool wie kam ich vom mann und sie tun hier ich heiße raffael leines wird leider sterben oder welchen switchen kann ich gerade nicht und möchte aber angreifen also ich habe alles aufgesetzt was ich kann eines ist tot das ding ist tot mit tank bekommt zwar der mensch aber gut abgeschüttelt 33 alles läuft nach plan ganz tief mit erfahrungspunkten alle gut wer ist mein tankpartner ich habe nikki nikki ist auch cool ja alles zerfetzt habe nichts anderes von mir erwartet formio formio ist easy das ist ja easy komm raikku siana 40 das ding geht im wasser weil es regnet das ist irgendwie kacke aber irgendwie auch nicht ich versuche erstmal nikki am mann zu halten und formio gleich jetzt raus zu nehmen hier nikki ich würde krass sagen frist limo frist die dose psychokinese ach raffael ist tot ich glaube er ist einfach tot ich glaube jetzt ist er tot ne doch nicht weil ich sie noch nicht kaufen konnte man da kann es mich daran erinnern ist musik an gießen jesus von mir aus dauern gut es geht alles aufs jahre alles kein ding ich schmeiße egelsamen und raffael macht mit surfer raffael ist tot ja da wurde befranst jetzt kommt der der wahre apg du machst du machst aus digger vertraue dir vertraue dir neben stelle jedes pokémon das ist wird es immer noch wird so jetzt erstmal gut bis in der wird schreie macht nicht viel deswegen spezial bestie aber egal dass sie macht macht mehr und er hat eine beere citro beere ne hat eine zahai beere dies ist sogar richtig passend bin ich ehrlich der spiel zahangriff die kreis die sam die damen haben ihn gekillt die kreis wie konnte es passieren du hast gewonnen na fuck egal niki du bist perfekt es ist genau 19 uhr es ist genau 19 uhr heiliger alter halt dein maul ich bin am regnen digger du kannst es fliegen alter an orte wo du besucht hast hier noch fette kacke tm das ist powerpunch die ist fett musst aber aufladen weil sonst bist du ein keck genau das hat er so gesagt dem steht sogar lol wie hab ich das gemacht powerpunch ist halt scheiße so gesagt ist scheiße update heap kacke meistens kathol länder eigentlich coole kapo mu kann das kapos kacke und und die alter dg an ihnen wo du hast den arena orden guter wichtig in diesen vm schenken wieso? weil es keinen anderen grund gibt in diesem game so diese wieso diese weil, kann ich mehr Wieso du diese, die M, haben solltest, deswegen bin ich hier und geb sie dir, weil gg. Heute ist es schwierig, Wasser ist schwierig, Wasser ist alle. Meine Lebensenergie, ich glaub die nächste Flasche. Schmeckt nach Wasser, ne? Ich betreibe keine Photosynthese, hier meine ganze Kraft aus Wasser. Guten Appetit, danke schön Niki. Ich merke mir das, ich merke mir das, wirklich jetzt, wenn jemand im Sportunterricht mit mir was trinken geht, dann sag ich guten Appetit. Ich glaub der wird mich angucken und kommt und schlägt mir ins Gesicht. Ich glaub genau so wird das passieren. So, wir fliegen jetzt. Welches Pokobricht fliegen bei? Wir fliegen mit Moklerin, I don't care. Ja. Gut. Fliegen mit Moklerin. Medizin abgeben, Alter. Ich liebe Pokémon. Gut. Wer braucht nen Vogel, wenn du einen Baum hast, der fliegen kann? Ah. Gut. Hey alter, ich hab doch Smurf, Junge. Oh fah! Es scheint kaum genug zu bekommen. Achso. Jetzt wird geerntet. Vielleicht krieg ich ja jetzt endlich Milch. Ich kann die Dinger viel weitere Bären in die Fresse holen. Spitz, 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 Spitz. So. Kann Amphi mit dieser Medizin geheilt werden? Nein. Ich verstehe. Halte durch Amphi. Tschüss. Was? Kann Amphi mit dieser Medizin geheilt werden? Ja. Ali überreicht Jasmin den Geheimtrank. Nimm dir das bitte nicht rüber, ja. Amphi lässt sich bloß von niemand anderem als mir füttern. Nächstes Jahr nur noch zwei Stunden sportlich. Let's go. Tschüss. Er hatte drei. Also. Ne, ne, wir talk. Wir talk, okay. In meiner Schule. Das war ein. Wir hatten extra Sport. Weil das war so, so. Ne, nicht Sport Schule. Aber jetzt so. Ja, wir sind cool. Bei uns ist viel mit Bewegung. Und wir hatten zwei Stunden. In einer Woche. Und nächstes Jahr wurde das abgeschafft. Und was muss noch eine. Oder zwei Jahre später. Keine Ahnung. Das war so. Die Zeit ist zu viel mitgekommen. Das ist ja so. Das war so. Das war so. Das ist ja so. Und ja, das war so. Ich habe jetzt die Zeit nicht zu dir. Das war so. Ich bin dankbar. Das war so. auch jetzt machst du den naten auf alter also ich bin jetzt baubar entschuldige dass ich die wachlaste habe aber sicher die aufschlussierung weißt du das tor beim felsen als richtig fett alter let's go da kannst du lang gehen musst du 5000 meter an den klippen lang glauben bist du auf die fresse fliegst bau bau so ich hol mir erstmal die metz omas geheime kräuter ich kaufe drucken 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 druckos analogos scheiße hier ist keine man ich kaufe keine drucken 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 was scheiße man verkauft ihr keine haue mit dem mann wo ist denn die da also mutmogel muss ja fliegen die arena sollte level ich guck nach wie heißt die stadt und die belastet egal ich bin bei einem wunderspiel da komme ich auch dahin jasmina ist die alte das weiß ich schon die generation die sollte 35 sein 33 35 genau die information habe ich auch gerade ihr könnt ihr leicht ausrechnen 30 prozent auf 35 das sind mindestens 42 wahrscheinlich zu 43 der andere 39 jahr das macht man das kann kein ding so ja wir apg apg entwickle ich bevor wir in den kampf gehen das ist mein ziel wer bist du du bist das wirklich gekonnt was ich vielleicht geholfen habe aber die arena gilt immer noch als in der arena gilt immer noch das gesetz der steckeren herrn wenn wir richtig oder gar nicht wer willst du was willst du wer bezahlt dich wer ist denn der auftrag ich immer ist kein afg habe ich genug ich habe gedacht ich kann jetzt noch kämpfen wo sind die alters überhaupt waren das nicht hier also hier zwei reicht nicht man apg buch ein level kann ich entwickeln ab und hier wickelt sich doch auf 36 oder dort bin ich jetzt nicht vertan oder ist die dritte mal keine ahnung wer ist 32 oder 36 egal ich höre erstmal hier mich hoffentlich geht es endlich so schnell rein angst und rufe sehr schwach gibt es mittag ein besiegelter ja die frist jetzt ist geil eine wird dann ist wieder vorbeikräften gibt mir deine milch du fette haftgegar jeder angst boku ist jetzt wieder finden wir ein hotschuh bitte diesen diesen sticker koffer ist der angst habe doch so gegen jasmin egal dass das ist egal die hat fünf pokémon fünf zwei auf level 39 ok denn wahrscheinlich zwei auf level 40 und den 1 auf level 42 in etwa und du hast sechs also so alter eure muku gibt wieder milch wie eine ahnung deine mutter gibt mich eine flasche kostet nur 500 ein dutzend wird das nicht jetzt 46 850 glaube ich 60 gut 60 reicht das mal mal gucken habe ich nicht gezählt nein habe ich nicht zweimal zu viel äh ich was kann ich dazu sagen was kann ich dazu sagen ich habe gar nicht was hier im gras ist im pokémon maschok maschok ist cool kann man manchmal machen auch gott es wird ein bisschen dauern es ist john cena ich gehe jetzt nicht das ist mohammed ali alter was hast du ich mache mir bloß ein level hoch also passt schon das geht noch an ob zeit auf an der oku um das sollte schnell gehen ich bin der LP ja geht trotzdem es es was es nickis busfahrer oh nicht was hat er gemacht war nicky ein böser junger und musste gebenchpressen werden von seinem bus nicht anrufen woher weißt du das raphael hat kontakte flammen im sturm jetzt geht es aus maul es wird mich zwar ficken einmal aber das ist diese feuerattacke also flammen wofür arme ist flammen wofür arme also ich bin arm gut kann weg so und jetzt kommt er es gibt zu viele feuerattagen es gibt zu viele feuerattagen mit flammen in namen flammen inferno gibt es das nicht und bin ich dumm feuersturm flammensturm flammenwurf äh äh feuer entfällt doch vielleicht auch noch keine ahme flammenblitz flammen es gibt zu auf feuerblitz egal wir haben ihn abpchi irgendwie eitel der ist jetzt gut er hat 100 spezialangreif er hat mehr spezialangreif jetzt ist er richtig geil Ich mach ne neue Vorhärtage, warte, 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 äh, Lammenstange, äh, was liegt neben mir, äh, warte, ich überlege, Mann, mein Zimmer ist so leer, alter, Blammenwasser, denn darüber habe ich mir auch gedacht, Digga. Gut, es geht los, sechste Arena, Mann, wie selten mich überhaupt niemand, dass ich hier die Kacke mit den Orden ablegen muss, alter, So, gut, 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 jetzt kommt das Team, alter, Flammenkoks, Flammenstahl, äh, Flammen Video Gamepad, Ja, aber er ist das nächste Ziel, der muss nicht Leidens leveln, weil Leidens ist gerade am Leiden, obwohl er, Leidens ist so das einzige Pokémon, was ich konstant immer benutzen kann, obwohl es anlevelt, ist, weil ich einfach Paralyse-Spam mit den Dingen, alter, der einzige, der mich irgendwie rettet, Danke für deine Hilfe, die Leuchttur, aber wenn du gegen mich kämpfen willst, heißt das nicht, dass ich dieses extra leicht mache, egal, ich bin Jasmin, ich habe eigentlich Pokémon-Flugstahl, aber diesmal nicht, egal, ich bin trotzdem eisenhart, du bist das Maul. Leiterin, Jasmin. Cocktail mit Tauers. 39. 30. Du meinst, du hast echt die Ernst, alter. Äh, 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 du gehst, da kommt Leines rein, du machst fucking, fucking fuck, lass. Taub, taub und Okti. 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 Das war Brainer, das ganz super wird. Okay. Geh, Niki. Geh doch einfach, die Tür ist da. Ach nee, du bist einfach in den Boden rein versunken. Okti. 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 nein oh mein gott der überlebt das ich unterschätze ihn nicht aber er soll mal sterben also einmal nicht angreifen was seine angreifst schon fünf prozent und rafael ist apg ist tot meine ich jetzt kommt niki wieder rein niki setzt auf taubos falsches pokémon egal ich heile niki aktuell heißt bei mir immer hillary niki schön für dich egelsamen auf taubos egelsamen auf oksirvi taubos wurde gepflanzt niki wird gewonnen alles und super schall wieder von tele und der gesamte das ist so ein store kack alter wenn ich hier betreibe und er kommt durch wenn auch schon jetzt angreifte gar nicht die krachen wieso kann er springen wieso kann er springen wieso macht parakein gar nichts da ist pokémon fag kann ein octopus mit in luft springen ja nick ist tot leider ich habe verkackt aber es paralysiert aktuell ist paralysiert er könnte er ist paralysiert ich habe einmal glück ich habe einmal verdrückt alter ob die wird niemals sterben doch doch siehst du ja ich mache nur super schall und egelsamen mache ich nicht mehr und kopfnuss auf opti oder er hat sie bleibt egal seine mutter wird speis freigeschnitten macht nichts ja das soll auch nicht aus killen aber es ist keine gefahr eigentlich ist taubos und große gefahr deswegen mache ich auch super schall drauf aber da ist es keine so große gefahr wenn ich will es stirbt dann stirbt es ich wollte nicht dass es stirbt aber es stirbt trotzdem fick dich er springt wieder er hat eine mutter springt auf meinen ich weiß nicht wie ich das kinderfreundlich nervfreundlich weiß nicht wie ich das irgendwie angemessen sagen soll sofort bepflanzen das ding da kommt einfach ein lahm muss rein das bekommt sofort egelsamen in die fresse ach und sorry nikki ist tot und para es paralysiert egal wieviel sich nikki heilt jauh alter der heilt sich so viel äh lamos wird gedüngst gedüngst alter und du machst einfach beide weg jetzt wird der mensch gemacht jetzt wird der mensch gemacht hoffentlich sterben beide nicht ich kann es mit zwei gleichzeitig so gutieren weil dann werde ich schnell weggeweckt heute gibt es den wirst du sie let's go let's go gut das ist gut sogar das tut zwar sehr weh aber nicht die heilt sich durch irgendwie er macht das nicht kann das ist groß was dick in ruhe noktuska 46 ok gut gut limonade auf nikki nikki darf nicht sterben 46 durchbruch nikki du kannst du gewinnen und still der welt no way no way leides alter was ist das für ein gerät es kannst du doch nicht machen man du kannst doch nicht alles alleine carrieren da muss es dauern wer kommt jetzt rein wer kommt jetzt rein da ist mit dem unsichtbaren fokus gut ja ja er packt aus das ding ist ein effekt das kann kampf attacken das muss auch paralysiert werden und nikki ist turn benutzt um leines zu heilen das tut zwar weh doch nicht er fägt leides könnte theoretisch jetzt sogar sterben ich will das natürlich nicht gemacht bloß lebensstand das geht ja noch das geht nicht aber egal welche pokémon nebenbei mir noch ich brauche raffael äh ich benutze leines ist hören um noktuska zu verwirren und ich benutze nikki's turn um raffael zu heilen weil ich will mit rpg oder lohnt sich der aufwand überhaupt ich wollte eigentlich mit rpg reinkommen und mit raffael aber rpg ist tot ich lebe einfach rpg wieder und lebe einfach alle meine anderen pokémon mit ihm auch nicht nur paralysiert alter was hast du auch kleines geht daneben ein betracht war ihr ne 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 äh ok benutze ich deinen turn lieber weil das ist wichtig apg kommt rein gleich ich benutze ich mach eh gesammel auf schlappohr wir wissen gar nicht ob noktuska eine pflanzenattacke hat by the way er hat bis jetzt burst durchbruch und äh wie heißt die andere attacke die er eingesetzt hat ich weiß es nicht mehr eine andere attacke äh lebensstelle weil wenn ich jetzt apg reinhole und apg trifft jeden in dieser runde der hier steht mit feuersturm deswegen würde ich das so machen niki ist langsamer niki ist toll ist egal ich könnte ich glaube niki wird überleben deswegen mache ich hopfnuss auf noktuska niki überlebt aber wie er überlebt aber wie er überlebt joo apg digga was machst du bist du auf drogen ok lass mich rein alles ist drogen kopfnuss gesteckt also frei gefühl übereinstimmung mit den regeln der liga bereich ich dir diesen ordnen obwohl ich keinen stadt pokémon hatte egal du hast mich auch plate line es hat dich komplett durch die kevin mit paralyse und niki mit egelsamen ist ein unendlich viel pain egal hier hast du eisenschweif das ist eine ahnung was oh mein gott klaren mein boyfriend alter hier ist klar wie geht's dir bei viola city muss ich immer an den kreisertum denken das heißt die tanzen da cool oder tschüss also wieso hat hat der niedrigeren IQ als keine ahnung eine bratpfanne und ich jetzt ich würde ich würde empfehlen eine smart bratpfanne zu heiraten aber nicht die geräte dafür sagen wir sehen uns irgendwann wieder nächste stream ist ich weiß gar nicht morgen ich jetzt sagen morgen wird es doch mutter oder morgen habe ich termin nach habe ich auch termin ja wahrscheinlich wahrscheinlich dienstag donnerstag alter ich bin mir entweder dieser oder donnerstag so wait wait orden enden muss noch sein ich denke da ich denke da sind sechs worden ich bin mir in der nächsten